Oh, Lava Lava Luva 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 Ho Das ist natürlich gefährlich Ja, heute macht es wieder Spaß Das war gestern glaube ich das erste Mal Let's Play, dass ich echt kein Bock hatte Ja Ich weiß nicht, was da aus mich gefahren ist Alters, die Sounds So, jetzt muss ich doch mal hier irgendwo ankommen Wie hoch geht es eigentlich? Weißt du das? Nein Okay, ich bin auf Höhe 111, Alter Das ist schon ziemlich hoch Auf Höhe geht es nicht mehr Da kommt dann Badrock, ne? Ja, genau Ah ja, hier ist Badrock 121 Okay, aber ich brauche eine Plattform Ich brauche eine Fläche Guck mal, da wird schon was kommen Aha Ich geh mal hier runter Pfff Toll, jetzt geh ich alles wieder runter, egal Oh ja Das sieht doch gut aus hier Wieso ist denn das so schwer Nein Nein WTF ist hier viel Quarz Jetzt Jetzt Das gibt Fettlevel, geil Ich bin grad dabei eine Küche zu bauen Hä? Lol, bei dir im Haus? Ja Bestimmt schön Also kein Vertrauen darin, dass es schön wird Doch, wie doch gesagt Alter, ist hier viel Quarz Ich kann nicht mehr Hilfe Ich kann nicht mehr so Weit und breit kein Schwarzstein. Naja, ich kann es hier nicht alles mitnehmen. Das dauert zu lang. Boah, da unten ist noch eine Ebene. Ohi, ohi, ohi. Direkt über Lava. Oh, oh. Ach so. Was ist das denn? Ah, da ist so ein Strider ohne in der Lava. Der glüht da nicht. Der sieht anders aus. Sieht aus wie so ein Gehirn irgendwie bei mir. Sieht aus wie so ein Gehirn. Ja. Also das Körper teilweise dir fehlt. Spaß. Was ist heute schon wieder los mit dir? Oh, da ist wieder die Festung. Wenn es dir ist. Heute ist alles gut. Okay. Ich weiß nicht, ob es unsere Festung ist. Hier ist eine Lohe. Boah. Hä? Warum renne ich denn? Bin ich gerade... Bin ich in ein Feuer gelaufen? Hä? 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 What the fuck? Oder habe ich das Schwein angezündet? Hier ist eine Lohe. Kann ich mal treffen? What the fuck? Warum treffe ich den nicht? Bin ich ein Stumm oder was? Ah, das ist tatsächlich unsere Festung. Hier sehe ich den Weg. Aber über die Festung komme ich ein bisschen in andere Bereiche. Von daher passt das schon. Kann man Lohn nicht mit dem... Ah doch. Ich war einfach dumm. Wie man es so von mir kennt halt. Schon, ne? Natürlich Spaß, Leute. Na ja. Naja, also wenn... Wenn einer nicht dumm ist, dann ja wohl du. Äh, ich. Mhm. Mhm. Ich hoffe, dir gefällt das. Naja. Richtig, keinem gefällt es dir sehr wahrscheinlich nicht. Ne, ich hasse das. Naja, ich weiß. Ich glaube, wir ziehen das ein bisschen. Ich glaube so. Oh, da ist... Da ist, glaube ich, Schwarzstein. Oh ja. Aber auch Basalt oder irgendwie irgendein Block. Oh, aber da ist viel Schwarzstein. Bitte, wenn das kein Vulkanzeug ist, dann ist das gut. Dann sieht das ja gut aus. Aber jetzt ist das zu groß. Ah. Wahrscheinlich ist das von dem Vulkan-Ding. Das sieht krass aus, aber ich glaube, es ist dieses Basalt-Scheiß-Ding. Ja, hier sind schon wieder die Partikel, Alter. Ach, komm. Ich komme irgendwie nicht weg, Alter. Ich bewege mich immer nur im Kreis, gefühlt. Oh Gott. Oh. Oh. Ach, Schleim. No, ist so Schleim, ja. Oh. Oh. Ah. Ah. Lava. Ei, ei, ei. Knappes Ding. Ach du Kacke, hier ist ein Schleimhörb. Boah, gefährlich hier, Alter. Alles voll Lava. Ja, der Feuerschutz wäre vielleicht irgendwann nicht schlecht. Viel Spaß. Es ist doch jetzt sinnlos hier, Mann. Das ist in eine andere Richtung. Das ist in eine andere Richtung. Ja, ich muss hier schon was in die Endergests laden. Ja, Netherberg. Scheiß drauf, Digga. Das kommt weg. Jetzt kommen die Lava. Herr Schwer im Garst. Ach du mal treffen. Dumm. Alter. Boah, der Sound, wenn er krepiert, ist auch krass. Das ist eine ganz komische Sache hier. Was ist das denn? Okay, ja, da muss ich in die Richtung irgendwie. Es kann ja sein, dass ich aus Versehen Richtung zurücklaufe. Bitte? Was? Nix. Ah, hier ist wieder noch Knochenblock. Ah. Ich liebe Knochenblock. Oh, ich höre aber irgendwas komisches. Hocklin. Uiuiui. Naja, das ist mir zu gefährlich. Naja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach ein Sound von einem Hocklin, äh, von einem Piglin ist. Naja, ich glaube nicht. Ah. Ah. Ich weiß nicht, ob es ist. Naja, ich weiß nicht. Hm? Ich bin schon überlegt, gerade. Alter, die Sounds, der, was ist so krass? Ja, aber es bringt doch alles hier nix. Mann. Der Wecker schlängelt doch nicht, okay. Das ist doch hoffnungslos. Ich finde nix. So schwer ist, sich ihm nette vorzubewegen, wirklich. Was ist das denn? Wasser? Ist das was? Nein, da gibt's kein Wasser. Aber hier sind irgendwelche Strahlen nach oben. Kannst du uns ein Rinshot schicken? Irgendwelche Blöcke nach ganz oben. Ne, kann ich nicht. Das ist mir. Ne, er hat tot. Scheiße. Scheiße. Du bist gestorben? Ich kann nix machen, ich muss mich auslocken. Darf ich mich teleportieren? Ne, ne? Du auch. Eigentlich nicht, nein, darf ich nicht. Das ist es, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willst du mir sagen, was passiert ist? Ja, ich bin in Lava gefallen. Ach du Kacke. Okay. Schärfe 5. Axt ist weg. Endertruhe ist weg. Schutz 4, Rüstung ist weg. Behutsamkeit, Spitzhacke. Behutsamkeit, Schaufel. Alle Sachen, die ich noch nicht in die Energest gesaved hab. Kompass ist weg. Alles ist weg. Fuck. Verbrennungsrückstoßschwert. Haltpokke 3, alles weg. Scheiße. Das ist hart, das ist hart. Aber ich, ich, ich habe überlegt, auslocken und teleportieren. Aber das wäre halt cheaten. Naja. Das mache ich nicht. Oh mein Gott, Leute. Das ist der härteste Schlag bisher im Let's Play für mich. Das schlimmste Moment. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, das ist echt bitter jetzt. Das ist echt bitter. Haben wir noch einen Kompass? Kann man den craften? Ja, wir haben einen Kompass. Ah ja. Ja, wo denn? Äh, ja, wo wohl? In der Random Kiste. Nein. Doch, da ist ein Kompass drin. Äh, okay. In der Random Kiste ist ein Kompass drin. Oder in einer der Zweck hinten vorne. Irgendwo ist ein Kompass drin. Ziemlich sicher. Nein. Ich crafte einen. Nein, warte, warte. Ich weiß, wo einer ist. Ich komme. Es ist nicht teuer. Ich crafte einen. Kommst du dann trotzdem kurz her und schaust dir das raus an? Nein. Jetzt, jetzt muss ich mich erstmal wieder, äh, eindecken mit Sachen. What the fuck? Was denkst du eigentlich? Was denkst du eigentlich? Kriegst du irgendwas mit? Sie rafft es gar nicht. Ich bin gerade gestorben mit allen guten Sachen. Ich nehme jetzt nichts mehr mit da in der Nether. Wirklich. Scheiße, Mann. Das ist richtig bitter, Alter. Die Level. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Das ist richtig scheiße. Ja, aber du brauchst auch nichts von mir verlangen, wenn ich gerade gestorben bin. Ich habe nichts verlangt. Ich habe nur gefragt. Aber danke. What the fuck? Okay. Nein. Das ist schon lustig, Junge. Nein, das ist nicht. Wie du klingst, wenn du angepisst bist. Oder so tust, als wäre es angepisst. Das ist lustig. Was brauche ich noch? Schwert brauche ich nicht. Oh Mann, das ist so ätzend. Jetzt ist es so ätzend. Das ist so ätzend. Ich kann jetzt auch nichts verzaubern. Ich habe kein Level. Was? Wer hat Selbstvertrauen? Selbst dran schuld. Ich glaube, ein Schild nehme ich gar nicht mehr. Wobei, doch. Nee. Aber da kann ich jetzt gleich meine neue Rüstung nehmen. Nein. Die nehme ich nicht mehr. Das ist einfach. Nein. Feuerschutz. Wenn man Feuerschutz auf dem Diamant harnisch hat, ist man dann direkt komplett immun gegen alles? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme einen Feuerschutztrank mit. Wie teuer ist so ein Feuerschutztrank? Was muss man dafür... Was braucht man dafür? Musst du gucken. Ich weiß es nicht. Doch, die Feuerschutztränke sind unten in der Kiste. Aber was muss man dafür machen? Kann ich jetzt wo nachgucken? Im Brauchstand? Das kannst du nicht im Brauchstand nachgucken. Was braucht man dafür? Weißt du nicht. Nein, weiß ich nicht. Dann sag es bitte. Hab ich. Ich würde dich zu gerne fragen. Nein, hast du nichts, Kara. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Habe ich nicht gehört. Ja, dann... Sag mir nicht, habe ich nicht gesagt. Ja, wenn ich es nicht höre, muss ich davon ausgehen, oder? Nein. Ja doch. Wenn ich es nicht höre, was... Geh vielleicht einfach mal davon aus, dass du taub bist. Ah, okay. Ist gut, Kara. Was hatte ich auf der 2? Komm, jetzt halt die Klappe, bitte. Was hatte ich auf der 2? Ich weiß es doch nicht mehr, Mann. Muss ich nicht mehr Dinger abbauen. Ach, scheiße. Was ist das? Das ist so übel. Okay, mal gucken, wie viel Level ich bekomme. Ich habe ungefähr so ein bisschen über zwei Stacks Nether Arts. Nether Quartz Arts. Mal gucken, wie viel Level von Level 0 auf. Na? Hallo? Hallo? Kara? Hallo? What the fuck? Kara? Sie ist noch da. Kara? Warte mal, Leute, ich muss kurz gucken. Du hast gesagt, ich soll die Klappe halten. Alles klar, Kara, deswegen kannst du mir trotzdem antworten, ob du noch da bist im Chat. Ja, ob du noch da bist im Discord. Jetzt hör auf, wieder die beleidigte kleine Zicke zu spielen. Wir sind hier im Kindergarten. Ja. Ah, das ist aber schon gut, Level. Ich muss mir dann nachher im Schnitt oder so nochmal genau angucken, was ich hatte. Also, Behutsamkeit reicht's. F-Zins 3 oder so würde mir auch reichen für eine normale Spitzhöcke. Mann, aber die Behutsamkeit, Spitzhöcke hatte F-Zins 5, Alter. Oh, damn. Ich gehe in Zukunft wirklich nicht mehr, ohne Feuerschutz und sowas, gehe ich nicht mehr full-equipped rein. Das ist echt dumm. Ich ziehe mir jetzt auch nur Eis und Rüstung oder was an. Okay, der will 18, na gut. Das ist nicht schlecht. Und die Beine ist der Quarz. Blocke. Darf ich deine Katze abschlachten? Wenn du dich abschlachten bist, meine ich ist das Let's Place, dann wirst du das lieber nicht. Das will ich aber. Du hast mal scheiße gelobt. Hä? Nein, ich meine, ich will ja, dass du mich abschlachtest. Nicht wahr, Baby? Oh, darf ich die Eisenstiefel mit Seelenläufer nehmen? Doch. Okay. Muss ich damit so tun. Ah, nee, geht ja gar nicht. Das ist ja voll... Das muss man auf ein Goldding machen, weil das macht ja keinen Sinn auf Eisen. im Nether. Ja, dann mache ich jetzt einfach hier... Ja. Eisrüstung. Die verzauber ich auch nicht. Der Bogen. Der Bogen. Der Bogen. Der Bogen. Ich habe so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so lange auf den Bogen... Oh nein. Und was hast du hier geschrieben? Beton? Trockenbeton. CK, Bro. Scheiße. Mein Bogen, Kara. No. Der hatte Unendlichkeit. Haltbarkeit 3. Stärke 4. 5. Oder was auch immer. Das ist Maximum. Der war so teuer. Das ist mit Abstand das Schlimmste jetzt. Kara. Ja, musst du mit leben. Dieser Bogen war so heftig. Ich konnte ihn nicht mehr upgraden, weil er auf Maximum war. Mhm. Scheiße. Nein. So viele Level wieder. So, neuer Bogen. Unendlichkeit. Ich mache da jetzt nur Haltbarkeit 2 draus. Ist mir egal. Ne, mache ich nicht. Ist mir nicht egal. Stärke 4. Okay, ich habe jetzt Stärke 4. Unendlichkeit. Keine Haltbarkeit. Den werde ich nicht mitnehmen. Auch wenn da ein Gas ist. Ist mir scheißegal. Dann noch eine Berufsumkeitsspitzsacke. Effizienz. Ja, mache ich Effizienz 3 oder so. Ja, scheiße. Wir waren dann, ey. Fucking hell, Alter. Mann. So wie es Maragd auch. Okay, ich kalibriere den Kompass. Dann gehe ich mit dieser, ja, relativ schwachen Ausrüstung. Äh, ist never. Mach's eine Kacke. Du darfst schon reden, Kacke. Wäre ganz schön für ein Display. Hm, geht an, klar. Wie viele Level hast du gerade? 7. Willst du kurz mitkommen? Wohin? Gleich zum Bambushaus. Ich wollte eigentlich eine Bastion finden. Ich glaube, ich lasse das erst mal. Wäre vielleicht ganz clever. Mann, das ist so... Und deswegen habe ich auch gesagt, wir beide da hin, Mann. Du kannst auch warten. Ich brauche Level. Ich brauche dringend Level. Ich habe keinen Bock, so rumzulaufen. Weil dann nehme ich jetzt den Bogen doch wieder mit. Mit der Rüstung warte ich aber noch. Was kann ich? Was hast du gesagt? Du wirst ja auch warten können. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Weißt du, wie ein... Wie heißt das, was du bauen wolltest, ein Rüstungsständer aussieht? Wie der aussieht? Ja, weiß ich. Also, wie der gemacht wird. Ja. Hä? Hä? Warum sieht man hier nicht, wie das gemacht wird? What the fuck? Hä? Aber ich müsste es noch ungefähr wissen. Man braucht Glattenstein. Mhm. Slaps. Und dann, glaube ich, nur Sticks irgendwie. Dachte ich. Wie heißt denn das Ding? Wenn es nicht Rüstungsständer... Ah, da. Er ist. Ah, okay. Er ist. Passt schon. Äh, Rüstungsständer. Das zeigt ja nur an, wenn man auch die Materialien hat, anscheinend. Okay, ich habe einen. Wofür? Ich brauche Level. Wie kriege ich schnell Level? Tiere paaren. Ich bin jetzt abbreiten. Tiere paaren. Willkommen schlafen? Ja, sicher. Es ist nämlich die zweite Nacht schon. Also, ernsthaft jetzt? Also... Ja, es ist schon die zweite Nacht. Ja, ich meine... Der Kommentar, was heißt da jetzt? Das ist... Ich... Bisher noch keine Nacht geschlafen habe. Okay. Seitdem du im Lander warst. Okay. Ich bin im Bett. Ja, ich auch. Jetzt klinge gleich der Wecker. Mhm. Noch weiter aufnehmen? Ja. Okay. Jetzt klinge gleich der Wecker. Okay, ich trade jetzt ganz viel und vermehre. Mhm. Und schlachte dann vielleicht auch. Ich möchte, dass du mal hierher kommst. Ich weiß nicht wofür. Um es dir anzugucken. Ein halbfertiges Drecksding oder... Oder was richtiges jetzt? Es ist fast fertig. Ja, dann komm ich, wenn es fertig ist, klar. Ich mach jetzt hier sogar die rote Beete. Wieso bist du so angepisst mir gegenüber? Ich hab dir nix getan. Ja, ja. Alles gut. Nee, ja, eben nicht. Ja, nicht rumholen jetzt. Es ist alles gut, wie gesagt. Weil ich gestorben bin und du ignorierst das komplett und gehst gar nicht drauf ein. Weil es nicht wichtig ist. Du hast ja deine Sache verloren, aber es ist nicht wichtig. Ich kann selber weitermachen. Ja, ich hab aber verdammt wertvolle Sachen bekommen. Äh, verloren. Mein Bogen. Das sind Markte, die du auch hättest gebrauchen können, die ich jetzt wieder dafür brauch. Bitte? Kann sein. Ja, ist so. Nein. Oh Mann, ey. Okay. Ich muss eh aufnommen und safen, Leute. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann und ciao.